Borussia Mönchengladbach mit dem Anstoß. Damit rein ins Spiel. Mit Auge. Da kommt der Steilpass. Tor! Sie wollten hier von Anfang an tonangebend sein und das ist ihnen auch gelungen. Toni Janschke. Und so wird das nix. Den hält der Torwart natürlich. Eckball. Da war mehr drin, aber der Abschluss war nicht gut genug. Schön erstmal jetzt den Ballbesitz verteidigt. Da ist er klasse herangekommen. Ja, da war er zur Stelle. Ist da gut hingeächtet. Hat genau den richtigen Zeitpunkt erwischt.